Herzlich willkommen zum siebten Input und das heutige Thema ist Wiederholung oder im Fachkonzept Schleife genannt. Und auf dem einführenden Bild sehen Sie schon mal, um was es geht. Wir wollen, wie Sie hier sehen, auf ein neues, die Schranke ist noch zu, wir können noch nicht raus, immer wieder das gleiche machen. Und hier sehen wir beispielsweise die Durchläufer bis, zum Beispiel beim Durchgleich 5, wir aus dem, was wir immer wieder wiederholt haben, einmal rausgehen können. Und diese Idee ist schon mal ein Vorgriff darauf, was ich heute Ihnen im Input zeigen möchte. Dadurch wird auch die Zielsetzung beschrieben. Sie können Probleme durch Reduktion der Bedingungen und sprachliche Strukturierung vereinfachen und grafisch lösen. Sie kennen die Schleife in der Informatik als Struktur für wiederholte Ausführungen mit Sprüngen im Programmablauf. Sie können einfache Probleme mittels einer Vorschleife lösen. Wie sieht denn nun unsere jetzige Problemstellung aus? Wir möchten einen rechteckigen oder beziehungsweise einen quadratischen Garten mähen mittels eines Rasenmähroboters. Das Problem ist aber, wir müssen Bäume ausweichen. Da es sich aber um eine sehr alte Streuobstwiese handelt, sind die Bäume noch relativ ohne System verteilt. Wir können nicht sagen, man kann fünf Schritte laufen und dann ist immer ein Baum, sondern man weiß es nicht. Aber die Größe des Rasens, die ist bekannt. Und rechts ist einfach nur noch das Bild, dass Sie nochmal diese Streuobstwiese vor Augen haben. Das Problem müssen wir erstmal modellieren, damit wir es in unserer Kunstwelt mit den darin zur Verfügung stehenden Mitteln auch lösen können. Und diese Modellierung im Problemkontext sieht beispielsweise folgendermaßen aus. Wir haben eine 15x15 große Welt definiert. Das ist unser Rasen. Und jeder Baum entspricht einem Block. Einen Block haben wir bis jetzt noch nicht kennengelernt. Das ist auch eine Möglichkeit, die wir in der Kunstwelt haben. Wir können statt Robotern und Münzen auch Blöcke setzen. Und ein Block verhält sich so, dass wenn ein Robot ist, ähnlich wie eine kleine Wand, die irgendwo in der Mitte steht. Also wenn ein Roboter hier davor stehen würde und wir fragen, ist vor dir frei, also mit der Methode ist front clear, würde er sagen, nein, denn er steht vor einem Block. Also genauso, wie er sich verhalten würde, wenn er vor einer Wand steht. Und ein Roboter kann auch nicht durch einen Block durchfahren, sondern er müsste immer außen rum fahren. Nun schauen wir uns einmal die Umsetzung in IntelliJ an. Die habe ich Ihnen einmal vorgemacht. Wir haben uns eine Welt gemacht, die 15x15 groß ist. Wir haben unseren Mähroboter nach unten links in die Ecke gesetzt. Deswegen hat er die Koordinaten 0,0 und schaut nach oben. Und hier sind einfach, wie Sie sehen mit dem Kommentar, hier haben wir unsere ganzen Apfelbäume. Die habe ich einmal als Place Block mit den ganzen x- und y-Koordinaten, aber genauso, wie Sie es eben auch gesehen haben. Und was hier unten mit dem ganzen Mähen passiert, das schauen wir uns mal direkt an. Der Roboter läuft also los, das sind unsere Apfelbäume. Er rennt in die erste Spalte und muss sich drehen, um die nächste anzufangen. Das ist quasi das, was er macht. Er startet hier unten, läuft nach oben, dreht sich, übersetzt in die nächste und muss wieder runter. Und das müsste er jetzt, das war ja nur die erste Spalte, mit allen 15 machen. Und wenn wir uns das hier unten anschauen, okay, hier muss ich einfach nur laufen, 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 mehrmals nach links drehen, um in die nächste Spalte zu kommen. Was für Probleme tauchen jetzt alle auf, wenn wir das so umsetzen, wie Sie gerade sehen? Es ist ein hoher Zeitaufwand, alle diese Teilen zu schreiben. Wenn meine große Fehleranfälligkeit, was ist, wenn ich irgendwo einen Tippfehler habe? Und die Lösung funktioniert für genau ein Problem. Also wir können sie nicht für mehrere Probleme der gleichen Klasse anwenden. Beispielsweise, wenn der Rasen sich ändert, wenn ein Baum gefällt wird und auf einmal würde unsere Lösung nicht mehr funktionieren. Also wir haben auch eine geringe Widerverwendbarkeit und diese große Redundanz. Und das wollen wir alles nicht haben. Also wir brauchen eine bessere Lösung. Nachdem unser erster Lösungsansatz so ziemlich viele Probleme führen würde, möchten wir noch einen zweiten Lösungsansatz ausprobieren. Wir wollen Struktur geben. Wie machen wir das? Wir reduzieren die Komplexität des Problems, indem wir das Problem in leichtere Teilprobleme aufteilen. Und dieses Prinzip kennen Sie bereits aus Ihrem Alltag, beispielsweise beim Aufräumen oder Umziehen. Und da ist das äußere Vorgehen, dass Sie jeden Raum nacheinander durchgehen. Und das innere Vorgehen ist, in jedem Raum, würden Sie zum Beispiel beim Umziehen, zuerst die Inhalte der Schränke in Umzugskartons packen und anschließend die Schränke abbauen. Und wenn Sie sich das einmal vorstellen, okay, wir gehen einmal im Äußeren Vorgehen alle Räume durch, im Inneren packen wir alles in Umzugskartons, und räumen die Schränke auf, haben wir insgesamt das große Problem, wir müssen uns den Inhalt unserer Wohnung einpacken, erledigt. Und dieses Konzept ist unter dem Begriff Teile und Herrsche bzw. Divide and Conquer in der Informatik bekannt und wurde sprachlich aus der Redewendung Divide et Impera übernommen. Zur Erinnerung. Unser Ziel ist es, den gesamten Rasen zu mähen, also das gesamte Feld, die Welt abzulaufen und dabei allen Bäumen auszuweichen. Und das teilen wir jetzt in leichtere Teilprobleme auf. Unser äußeres Vorgehen ist ja gerade, okay, wir müssen alle Spalten langlaufen. Die nächste Spalte überlassen, wieder eine Spalte langlaufen. Und in dem Spalten langlaufen müssen wir als inneres Vorgehen auch noch den Bäumen ausweichen. Und so haben wir das Problem einmal aufgeteilt. Und hier sehen wir nochmal, was wir gerade gemacht haben. Also das Ablaufen der Spalte als äußeres Vorgehen und das Umlaufen der Bäune, hier im Gestrichelten dargestellt, als inneres Vorgehen. Was ist der Vorteil hier und auch bei den Beispielen im Alltag, wo man so vorgeht? Man kann es unabhängig betrachten. Also wir können uns jetzt einzeln die Betrachtung, wir laufen eine Spalte entlang vornehmen und wir können uns das Umlaufen eines Baumes einzeln vornehmen. Und jetzt wollen wir nochmal das äußere Vorgehen ein bisschen genauer aufschreiben und strukturieren. Wir machen 15 Mal, denn wir haben 15 Spalten, laufe Spalte entlang. Das ist genau der Kasten hier. Das sollen wir 15 Mal machen, Spalte entlang laufen. Was bedeutet jetzt Spalte entlang laufen? Also wir starten einmal hier. Bis die Spalte zu Ende ist, machen wir wiederholt. Und was machen wir? Wenn, das sehen wir gerade jetzt nochmal, dazu schauen wir uns hier nochmal die Spalte mit der Nummer 2 an. Bis die Spalte zu Ende ist, machen wir wiederholt. Ist ein Baum von dir? Dann würden wir sagen, wenn wir hier nach oben gucken, nein. Dann fragen, dann sollen wir einen Schritt laufen und fragen uns wieder beim ersten Punkt. Ist ein Baum vor dir? Nein. Einen Schritt laufen und wieder fragen. Ist ein Baum vor dir? Ja. Weiche aus. Und dann, nochmal ausweichen. Und hier sehen wir, dass wir einmal hier mit Weiche aus genau das innere Vorgehen aufrufen und hier etwas wiederholt machen sollen. Also bis die Spalte zu Ende ist, müssen wir wiederholt fragen. Ist ein Baum von dir? Und dann haben wir nur die Möglichkeit, ja, nein. Wenn wir ausweichen, müssen wir wieder zu, quasi hier im ersten Punkt, also wieder zur Frage springen. Und ansonsten sollen wir einen Schritt laufen, dann wieder zu springen. Und diese Abfrage ist Baum vor dir, ist ja genau das, was wir vorher bei diesen bedingten Anweisungen gemacht haben. Auch mit diesem Ja, nein. Also hier können wir schon mal unsere IF-ELS-Struktur schon mal irgendwie wiederfinden. Also das kommt uns sehr bekannt vor. Aber dass wir dann wieder zu dieser Abfrage zurückspringen, das hatten wir bisher noch nicht. Und nun schauen wir uns nochmal das innere Vorgehen an von unserem Lösungsansatz. Und zwar ist das Ausweichen. Und zwar stehen wir hier vor einem Baum und haben gerade herausgefunden, es steht ein Baum vor uns, wenn wir in die Richtung schauen. Dann müssen wir 90 Grad nach rechts drehen, was wir nicht können. Also müssen wir ganz oft nach links drehen. Einen Schritt laufen, nach links drehen, einen Schritt laufen, noch einen Schritt laufen, nach links drehen, einen Schritt laufen, nach rechts drehen. Also drehen wir links und dann sind wir einmal ausgewichen. Wie drehen wir nach rechts mit weniger Schreibaufwand? Wir wollen ja nicht jedes Mal erneut diese drei Zeilen mit Turn Left schreiben, um diese Rechtsdrehung mittels einer Linksdrehung auszuführen. Und genau dieses Thema werden wir uns im nächsten Input beim Thema Methoden zuwenden, bevor wir dann unser Problem, das Mähen einer Streuobstwiese, weiter widmen werden. Nun wollen wir einmal unsere Mache 15 Mal das Gleiche, einmal grafisch umsetzen. Das bedeutet einfach nur, wir haben hier die Anweisung Laufe Spalt entlang. Und jetzt gehen wir nicht weiter nach unten, wie wir das sonst kennen würden. Und dann kommt die nächste Anweisung, sondern wir haben einen Pfeil, der wieder zurückgeht. Und deswegen auch, um nochmal es grafisch abzusetzen, hier gestrichelt dargestellt. Und daneben steht einfach nur 15x, was wir ja bedeutet. Also 15 Mal soll genau diese Anweisung passieren. Nun wollen wir uns auch die Idee Laufe Spalte entlang, also das, was wir eben gerade vorhin gesehen haben. Bis Spalte zu Ende ist, Mache wiederholt, quasi fragen, ob ein Bauch vor dir ist und im Zweifel ausweichen. Das wollen wir uns jetzt auch einmal in der grafischen Umsetzung vom Flowchart anschauen. Sie sehen, jetzt hatten wir immer nur solch einen Block, den kennen wir. Aber nun haben wir noch vorher was. Bis Spalte zu Ende ist, Mache wiederholt, dann ist Doppelpunkt. Was wiederholt werden soll und dann genau angegeben, den Ende des Wiederholungsblocks. Und was fragen wir denn jetzt tun? Also, das ist die Bedingung, wie wir sie schon vorher bei den bedingten Anweisungen kennen. Ist Baum vor dir? Da gibt es nur die Antwort True oder False. Falls es True ist, müssen wir einmal ausweichen. Und dann springen wir zurück, mit den gestrichelten Pfeilen angedeutet, und fragen uns wieder, ob ein Baum vor ist und das, wann es falsch ist. Und wenn kein Baum vor ist, müssen wir einen Schritt laufen und wieder springen. So, das führt uns aber nun zu ein paar Problemen. Denn wir kennen keine Struktur, diese Rückverweise, diese Sprünge, für die wiederholte Ausführung bietet. Und in den Grafiken war das zur Abgrenzung durch die gestrichelten Pfeile dargestellt. Und wie kann ich so feststellen, dass ich ans Ende der Spalte gelaufen bin? Also, wir müssen eine neue, eine gänzlich neue Struktur für diese Art von Problemen entwickeln. Diese neue Struktur hat zwei verschiedene Ausprägungen. Wir haben auch beide schon gesehen. Also, wir haben eine Wiederholung mit einer gegebenen Anzahl. Das war zum Beispiel, mache 15 mal, also irgendwas mit fester Anzahl. Mache 100 mal dies, mache 15 mal das. Ein Beispiel ist, zum Beispiel nach einem Einbruch, dann muss ich für alle zehn Türen mit Generalschlüssel, muss das Schloss ausgewechselt werden. Also, wir wissen, für alle zehn Türen müssen wir das Gleiche wiederholen, nämlich das Schloss auswechseln. Und wir wissen genau, um wie vielen Türen es sich handelt. Wir haben aber auch eine Wiederholung mit Bedingungen gesehen. Das war in unserem Fall hier. Solange bis, jetzt die Bedingung, die Spalte zu Ende ist, soll etwas wiederholt werden. Ein Beispiel aus dem Alltag ist, wie man eine Spülmaschine ausräumt. Und zwar sollen wir, solange Einzelteile in den Schränken verstauen, bis kein Teil mehr in der Spülmaschine zu finden ist. Und Sie legen gerade hier, solange das, was wiederholt getan werden soll, bis folgende Bedingung eintritt. Das ist manchmal sprachlich ein bisschen unterschiedlich, weil hier haben wir dieses, solange bis die Bedingung eintritt, wiederhole etwas anderes. Hier muss man manchmal ein bisschen aufpassen, worauf sich jetzt bei dem solange bis die Bedingung bezieht und worauf sich das zu wiederholende Element bezieht. Nun ein kurzer Einschub zu zentralen Idee Algorithmisierung. Und diese Wiederholung, über die wir gerade sprechen, ist ein elementares Element der Algorithmisierung. Historisch ist es durch die Fabriken entwachsen, denn diese, also die fabrikartigen Abläufe konnten ja gerade nur deswegen stehen, weil es immer gleiche Abläufe wiederholt werden, dass man dadurch es gut aufteilen kann. Im Alltag haben wir, dass Wiederholung, Struktur und Orientierung gibt es, zum Beispiel beim Tischdecken. Wir wissen immer, genau für jede Person, die da ist, brauchen wir folgende Dinge. Wir haben sehr, sehr viele Dinge im Alltag, die sich jedes Mal wiederholen. Im Bereich MINT, es ist auch der Fall, dass Messreihen immer gleich ablaufen müssen, um sie beispielsweise auch zu vergleichen. Und Wiederholung ist natürlich Voraussetzung auch für eine gewisse Art von Automatisierung. Sonst müssten wir nämlich, wie wir es vorher gesehen haben, bei jedem Fall neu entscheiden, wie etwas getan wird. Wir wollen aber gerade Entscheidungen abgeben, wir wollen Wiederholungen abgeben, um uns nur um die Ideen und um die Konzepte zu kümmern. Und darauf aufbauend entwickeln wir nun ein Arbeitsprogramm für unsere nächsten Sitzungen. Also, die Sitzung heute mit diesem Input ist die Thematisierung der Wiederholung mit gegebener Anzahl. Nächste Woche haben wir einen Einschub zu Methoden. Das war, wie können wir sowas wie Turn Right zum Beispiel neu schreiben, damit wir nicht immer dreimal Turn Left schreiben müssen, um eine Rechtsdrehung auszuführen. Anschließend werden wir die andere Art von Wiederholung thematisieren, und zwar die Wiederholung mit Bedingungen. Also im Gegensatz zu für alle 15 Teile mache, sowas wie solange bis eine Bedingung eintrifft. Und dann in der zehnten Sitzung wollen wir erstmal nach diesen vielen neuen Inputs etwas innehalten, reflektieren, nochmal drüber mit einem anderen Blickwinkel auf diese Inhalte schauen. Und erst dann schließend werden wir die einzelnen Teile, Zusammensetzung und unser ursprüngliches Problem, nämlich das Ablaufen einer Streuübstwiese, um mit einem Rehboter diese Wiese zu mähen, dann erst werden wir es zusammen lösen, weil wir dann alle Bestandteile haben.